Für günstige, schnelle und sichere FIFA-Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft-Points, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Simon von den Game Abroad und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ultimate-Team-Folge. Und ja, vorab, falls du günstige Ultimate-Team-Münzen sowie PSN-Karten, Microsoft-Points oder etc. PP braucht, dann schaut mal in die Beschreibung vorbei. Dort findet ihr den Weg zu meinem Sponsor MMOGA, die ja jetzt mittlerweile mit Comfort-Trade und Mule-Accounts wieder richtig gut am Start sind, was Coins verkaufen sind. Am Start sind, wollte ich glaube ich sagen. Ich weiß nicht, ich habe den Satz irgendwie verkackt, ist ja auch egal. Und ja, wenn ihr Game Abroad TV-Merchandise haben wollt, könnt ihr auch in die Beschreibung schauen, gameabroad.spreadshed.de. Dort gibt es richtig coole Sachen, unter anderem das Alaba-Pack-Logo, KeepCore and Watch Game Abroad oder das einfache Kanal-Logo, dieser grüne Play-Button. Könnt ihr auch mal vorbeischauen und ja, ihr habt ja in der letzten Ultimate-Team-Folge die Aufgabe gehabt, in die Kommentare zu schreiben, wer denn der Spieler im ZOM ist. Und ihr seht schon, es ist einfach mal Rekordbreaker Messi. Ich habe für den 8,4 Millionen Münzen hingelegt und es hat tatsächlich, glaube ich, nur ein oder zwei haben den richtig erraten. Also da war der echt gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Gut, aber wer stellt sich immer einer der besten Spieler eben des Spiels vor? Ähm, ja, 8,4 Millionen, sehr teuer, mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen im Preis gesunken, ja, 7,8, 7,9. Ich habe meinen damals sehr hart erboten, als er schon irgendwie, damals ging er noch, also vor zwei Wochen, als ich ihn, glaube ich, gekauft habe, ging er für neun weg. Und die Abwehr habe ich jetzt hier auch ein bisschen umgeändert mit Rüdiger. Hier hatte ich erst noch einen neuer, den habe ich aber letztens verkauft, weil ich ihn jetzt nicht so übertrieben fand. Da reichte mir Fährmann eigentlich auch. Und da habe ich hier einen ganz coolen Inform gefunden, Alvaro heißt er. Alvaro González de Barion, oder de Barion, nur 1,80 groß, aber 76 Pace. Und das fand ich dann eigentlich schon ganz cool. Nacho hier als Linksverteidiger, 89 Tempo, also sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem hier von Tempo in der Abwehr einfach keiner langsamer als 76. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Und, ähm, ja, ich habe jetzt mal eine kleine Bitte an euch. Und zwar, ich bin mir momentan nicht sicher, ob ich das Ultimate Team Let's Play noch weiterführen soll, oder ob ihr wirklich nur noch Karriere und Pack Openings und so besondere Challenges oder sowas sehen wollt. Also wenn ihr noch ein Ultimate Team Let's Play, ähm, sehen wollt, dann würde ich sagen, eskaliert mal den Like Button. So 1000 oder so, könnten wir ja schaffen. Also einfach mal nur, um zu sehen, ob ihr das noch, ja, hier sehen wollt, Ultimate Team. Weil, ähm, von den Aufrufzahlen ist es eigentlich immer ziemlich ebenwürdig mit dem, was sonst noch so kommt. Aber like-technisch irgendwie nie, von daher würde ich das gerne einfach mal wissen. Ähm, denn, ja, ich bin momentan so am überlegen, was so zukünftig jetzt kommen könnte. Also vor allem, wenn der Finn ja jetzt wieder mehr macht oder wieder am Start ist, dann, äh, fällt ja auch für mich ein bisschen Arbeit weg. Beziehungsweise kommen von mir weniger Videos, aber dafür in der Masse dann mehr, weil halt vom Finn auch ein, zweimal was pro Woche kommt. Oder zumindestens einmal, ähm, ne, so dass wir da vielleicht irgendwo ein bisschen mehr Spielraum haben. Und da ist halt die Frage, ob ihr Ultimate Team überhaupt noch sehen wollt. Also da mal an dieser Stelle einmal bitte mit einem Like, äh, uns zeigen oder mir zeigen, ob das noch erwünscht ist und ob euch das noch Spaß macht. Ja, ich würde sagen, ich spiele einfach mal mit dem Team. Ähm, Ron Rob heißt es, ne. Habe ich ja, glaube ich, im letzten Team, ist das, glaube ich, auch schon so. Also, Ronaldo, Robben Team of the Year und, äh, Record Breaker Messi ist, würde ich sagen, ein sehr starker Angriff. Und wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich bin in Liga 4 abgestiegen. What the fuck? Ich habe ein anderes Team nochmal ausprobiert, was ich euch dann im nächsten Part zeigen werde. Ähm, wo ich, äh, ja, mich anfangs sehr schwer mitgetan habe. Jetzt lief es eigentlich wieder ganz gut. Bin aber in Liga 4 abgestiegen. Also in Liga 4 jetzt 5 Siege und ein Unentschieden. Das ist schon mal sehr anständig. Aber davor halt in Liga 3, uh, ja, das war, äh, nicht so geil, nicht so laie. Und, äh, wir spielen gegen Allmann. Mhm, Allmann, mhm. Ein Bundesliga-Team. Okay, sieht gar nicht schlecht aus. Und, ähm, wo wir hier gerade bei Dortmund sind, habe ich gerade erfahren. Also, ich nehme das Video jetzt hier schon ein bisschen früher auf. Ihr seht es wahrscheinlich erst 4, 5 Tage später. Äh, der Jürgen Klopp geht am Saisonende weg von Dortmund. Ähm, also irgendwie freiwillig oder so. Ich bin jetzt gerade nicht ganz drin. Weil er irgendwie nicht mehr findet, dass er die Mannschaft erreicht und sich nicht mehr entstande fühlt, die Mannschaft wieder weiter nach oben zu bringen in der nächsten Saison. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber gut, ähm, vor allem, weil in der Hinrunde lief es ja noch deutlich schlechter für Dortmund. Die haben sich ja jetzt sogar einigermaßen verbessert. Stehen im DFB-Pokal-Halbfinale und immerhin auf Platz 10. Die standen ja teilweise auch mal auf Platz 18. Also, ähm, naja, keine Ahnung. Also, es wird ja schon spekuliert, dass er sowieso schon immer gerne mal nach England wollte. Und wenn das jetzt für ihn die Chance ist, nach England zu gehen. Der Vertrag wurde jetzt, äh, ne? Also, kürzer datiert. Der ist jetzt bis, äh, 2016 umgeschrieben worden. Das heißt, wird am Ende der Saison aufgelöst. Der vorher, glaube ich, bis 2018 oder 2019 ging. Also, na, Dortmund bald ohne Klopp. Wer hätte das gedacht, dass das, äh, ja, 2015 noch passiert. Also, ich zu meinem Teil nicht. So, jetzt Modric. Erstmal auf Rekordbreaker Messi. Kurze Ecke angepeilt. Trapp ist aber auf jeden Fall da. Ah, ne. Hat er gar nicht gehalten. War Außennetz direkt. Und, ähm, ja. Ziemlich krass. Also, hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass, äh, der Klopp vor allem freiwillig das Handtuch wirft. Hätte ich echt nicht gedacht. Der Watzke. Ich bin ja jetzt Schalke-Fan, aber, pff. Der Watzke hatte ja damals auch gesagt, ich werde niemals den Klopp feuern. Äh, das kam jetzt sehr überraschend. So, die Flanke ist schön. Ronaldo. Auch ein richtiges Kopfballmonster. Der leider knapp vorbei. So kann man eben das hier auch spielen im System. Boah. Den, äh, legt er mir fast mit Robben auf dem Fuß. Mit dem habe ich gegen Finn so ein übertrieben geiles Tor erzielt. Äh, letztens. War ziemlich, ziemlich geil. Mit Robben. Einfach mal aus einer riesigen Distanz. So, ja, Messi. Der ist, finde ich, bei Distanzschüssen nicht so gut. Der ist so an der Strafraum, an der Strafraumkante so ein Efe-Schuss. Die kommen mit Messi ganz geil. Aber so ganz weite Distanzschüsse, da ist eher Robben der Experte für. Da ist jetzt Messi nicht so der ganz krasse Typ. Ich war übrigens auch gerade beim Friseur. Vielleicht sieht man das. Keine Ahnung, warum ich das jetzt erzähle. Ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, als ich mich hier links in der Kamera gesehen habe. Läuft bei mir. So, der Gegner macht ja auf jeden Fall auf Pause. Jetzt geht es aber wieder weiter. Grund hier eine Panik zu bekommen hat er eigentlich nicht. Sein Team ist ja auch nicht schlecht. Lewandowski wird gleich hier ein Second-Inform bekommen. Ne, sein First-Inform. Ist sogar sein Erster. Obwohl er schon 16 oder 17 Tore in der Saison erzielt hat. Und damit irgendwie ein Tor mehr als Hamburg. Ziemlich witzig. Aber gut. Er hat bis jetzt in keinem Spiel irgendwie zwei oder drei Tore erzielt, bis auf in dem letzten, glaube ich. Zumindest hat es EA noch nicht informwürdig gesehen. Bis halt jetzt auf den letzten Spieltag. So, müssen wir jetzt hier mal schauen. Nacho, den dürftest du bekommen. Genau. 89 Pace. Oh. Offensiv läuft es noch nicht so krass. So, das war jetzt mal schön gespielt. Messi auf Robben. Versuchts mit rechts. Äh, rechts. Rechts. Da ist Trab. Hätte ich vielleicht noch in die Mitte spielen können. Ecke mit Inesta. Kommt gar nicht schlechter als Ronaldo. Gibt die nächste. Wie gesagt, das ist so heftig. Ja, Ronaldo kann ja nebenschießen und dribbeln und allem. Halt auch noch richtig krass köpfen. So, den hat jetzt hier erstmal Nacho. Nacho. Gar nicht ungefährlich. So, und jetzt Vorsicht, Konter. Lewandowski, Gretchen kommt perfekt. Boah, die war wichtig. Boah, Thiago. Schönes Dribbling. Ronaldo, nein, er war mal abseits. Ah, kacke. Kacke. Schade. Wäre wahrscheinlich ne gute Chance gewesen. So, Hummels, spiel den jetzt hier lange raus. Aufpassen. Sehr schön. Robben. Messi und jetzt Ronaldo, geh ab. Ronaldo. Ja, da ist das 1-0. Sehr schön. Cristiano Ronaldo. Mit dem Tor hier. Komm, Ronaldo, jubel. Funktioniert. Sehr schön. Und ich hab hier einen neuen Trend entdeckt. Den hat mir meine Mutter eingeführt. Das sieht jetzt hier. Das sieht echt ekelig aus. Ähm, aber wir haben so einen, äh, Früchte-Mixer. Oder so einen, ne, einfach einen, äh, was ist das? So einen Fruit-Mixer? Wie nennt man das? Ich hab keine Ahnung. Und hier hab ich mir jetzt gerade Kiwi, Apfel und Banane gemacht. Oho. Hm. Und ich muss sagen, ist ganz lecker. Es, äh, gibt richtig den Energieschub. Trinke ich jetzt meistens morgens vor der Schule. Morgens vor der Schule. Müsst ihr mal ausprobieren. Macht euch richtig, richtig wach. Also jetzt neben dem Kaffee, der bei mir standardmäßig noch dabei ist. Ähm. Aber der gibt euch über den Tag echt Energie. Ich hab ihn jetzt hier nochmal nachmittags genommen, weil ich's heute Morgen nicht geschafft hab. In der Hoffnung, dass der mich heute Abend mitmacht. Denn ich will natürlich noch Champions League gucken. Robben, der Schuss ist gar nicht schlecht. Muss Trab sogar noch springen. Hätte sich hier fast noch reingedreht. Also Robben ist bei Distanzschüssen wirklich, boah, krass. Robben ist bei Distanzschüssen echt brutal. Aber eben auch im Sprint und im Dribbling. So, Robben und den hat er jetzt ausgeguckt. Hier 2 zu 0. Arjen Robben. Also dieses Team läuft ja wohl mal richtig, richtig rund. Und geht hier auch richtig ab. Das müsste gleich Punkt Nummer 19 sein, wenn das Spiel gewonnen ist. Und damit wäre ich dann auch in der Tabelle oder in der Liga aufgestiegen. Tabelle gibt's ja nicht. Und damit wäre ich dann zumindest mal wieder in Liga 3. Aber langfristig ist mein Ziel mit dem Team natürlich eigentlich Liga 1 bzw. Liga 2. Also zumindest in Liga 2, Liga 1. Ich bin's bis jetzt standardmäßig in jedem FIFA schwergetan. Aber Liga 2 war ich eigentlich immer Dauergast. Oh, Vorsicht jetzt hier mit Lewandowski. Oh, da ist Diekmeier. Wops. Oh, 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 oh. Das hat er klasse mit Götze gemacht. Reus und Fährmann kann eben auch gut halten. War auch abseits. Diekmeier ist auch ein bisschen behindert. Ich hab den... Also jetzt nicht der Spieler. Ich hab ihn für 60k geholt. Als es die Price Ranges noch nicht gab. Und ja, jetzt hat er eine Price Range zwischen 12 und 18k. Und ist einfach nie auf dem Markt. Sehr intelligent hier. Aber ich find mittlerweile die Price Ranges gar nicht so schlecht. Nerven halt nur dann, wenn die Informs etc. nicht verkauft werden können, da sie zu teuer sind. Weil die Price Range einfach zu hoch ist. Oder, ähm, ja, einfach bei anderen Spielern, die, ne, jetzt einfach im Wert, äh, wegen dem Team of the Season ein bisschen im Wert sinken. Ähm, und dann einfach outranged werden. Von der Price Range, das ist halt ein bisschen behindert. Aber gut, ne. Ansonsten find ich die Sachen gar nicht so schlecht. Weil dadurch einige overpriced Spiele auch günstig geworden sind, muss man ganz klar sagen. Alava, zwischenzeitlich 140k gekostet, ist jetzt deutlich günstiger geworden. Neuer lag bei 300k. Robben, äh, war auch mal fast bei einer Million. Also die sind hier deutlich wieder gefallen. Auch ein normaler Ronaldo lag mal eine Zeit lang bei, äh, 9 Millionen oder so. Der hat sich jetzt auch bei 5 eingependelt. Also ich find ganz so negativ sollte man in den Price Ranges nicht gegenüberstehen. Aber der PS4, muss man auch sagen, war teilweise auch einfach nicht mehr zu retten. Weil der durch die ganzen übertriebenen Münzenkäufe halt richtig krass gefickt war. Und Robben ist halt ein richtiges Pace Beast und macht den jetzt hier hoffentlich rein. Nein, nein, Trapp. Der Nachschuss kommt auch nicht, schade. Ähm, ich find jetzt Münzenkaufen gar nicht schlimm. Nur der Markt war halt richtig überflutet. Und, äh, so kam's halt dazu. Boah, schöner Schuss von Messi. Trapp hält den aber. Und die Ecke jetzt hier wieder mit Iniesta. Der dreht die nämlich auch ganz gut. Ja, Robben ist nicht so das Kopfball-Biest. Messi kommt da an den Ball. Weiß aber nicht so viel damit anzufangen. Oh, versucht er hier spielerisch zu lösen. Messi dann mit dem schlechten Pass. Und Götze mit einem richtig guten Pass. Aber da ist Liegmar, ja, wenn du mit Westermann in einer Mannschaft spielst, dann kannst du sowas. Und war zusätzlich auch abseits. Okay, gut. Rüdiger übrigens auch ein Biest. Hab ich auch jetzt schon länger gehabt. War ich immer sehr zufrieden mit. Messi mit einem schönen Ball auf Ronaldo. Und Trapp macht einen guten Job. Ja, kommt er dann nochmal dran. Ronaldo, 3-0. Was hat das denn jetzt für ein Krüppeltor? Also, äh, ja. Hätte er von vorne rein rein machen können. So, meinetwegen so. 3-0, sehr schön. Ronaldo hier. Robben setzt er nach. Und Ronaldo dann auch nochmal. Legt den sich dann auf den linken. Glaub ich, vier Sterne schwacher Fuß. Also sollte der den auch so machen können. Der Götze nochmal aufgehalten. Gibt sogar nochmal einen Freistoß hier vor der Alpzeit. Ah, setze ich mir auch nochmal richtig hin. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas passiert. Hummels bringt ihn auf jeden Fall rein. Finde ich diese Saison auch nicht so überzeugend beim BVB, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, wie gesagt, ich bin ja Schalke-Fan. Bei der WM war der Weltklasse. Bei der WM war der super. Auch jetzt, ne, Götze. Ich bin jetzt, ich wäre jetzt nicht so, dass ich Dortmund-Spieler irgendwie über alles hasse. Ich finde es halt bei Pack-Openings ist es halt, ja, auch ein bisschen überzogen. Weil es auch manchmal einfach witzig ist, ne. Wenn man hier denkt, so, zack, Alaba Peck und dann kommt Adrian Ramos, der wirklich eine Pfeife ist. Ne, das ist halt, ne, darf man halt nie so krass nehmen. Ist halt immer eine Entertainment-Geschichte. So, Rüdiger, Modric, schönes Ding. Nein! Aber Ball ist noch da. Oh, Götze nimmt hier Ronaldo den Ball ab. Also sein Götze macht einen sehr positiven Eindruck. Jetzt muss hier Rüdiger hin. Rüdiger, Fußballgott! Und die Niesta, Modric, Messi, Robin, Niesta. Boah, ja, noch im Augenwinkel gesehen, wie er ihn da umgekloppt hat. Gibt auch noch die Gelbe. Denk ich mal auch irgendwo zurecht. So, spielen wir ihn mal nach... Oh, da wollte ich nicht hinspielen. Rüdiger, du bist dein Gott. Nein, Nacho! Egal. Niesta ist... Oh, gibt Freistoß, okay. 57% Passquote. Krass, das ist mir gar nicht so schlecht vorgekommen. Aber scheint tatsächlich nicht so gut zu sein. Oh, wie er mein Thiago hier umaut. War aber anscheinend fair. Oh, und wie ich sein Royce dann umhaut. Jetzt geht's dir aber los mit den Fouls. Diekmeier. Ich nehme mir nochmal einen Schluck von meinem, äh... Fruit, Drink, irgendwas. Oh. Ist halt jetzt mittlerweile... Was heißt mittlerweile? Heute ist er dickflüssig geworden. Weil Apfel dann schon ein Stück härter ist. Und ich... Oh, da steht 3-1. Ich irgendwie noch Multivitamin reingemacht hab. Ich hab's halt meistens so gemacht, dass ich Banane und Kiwi genommen hab und dann ein bisschen Multivitamin unten rein. Und dann war das morgens echt ganz gut. Jetzt hab ich drin Apfel, Banane, Kiwi und kein Multivitamin. Und somit ist er sehr dickflüssig. Oh, Robben mit rechts. Das funktioniert auch. 4-1 Arjen Robben mit dem rechten Fuß. Wer hätte das gedacht? Arjen Robben haut hier einfach einen mit dem rechten raus. Krass. Robben mit dem rechten Fuß. Dass du das nochmal erlebst. Aber scheint auch zu funktionieren. Arjen Robben mit dem 4-1. Ja, viel besser kann man den Longshot da gar nicht setzen. Trap hier ohne Chance. Der bis hierhin auch trotz 4 Gegentore jetzt einen super Drop gemacht hat. Auch Rüdiger hier. Fällt mir hier echt sehr positiv auf. Lewandowski hatte hier fast gar keine Schnitte gehabt in dem Spiel. Oh, die Skits waren jetzt hier ein bisschen unnötig. Und da kommt auch schon Aubameyang. Oh, Aubameyang. Und da steht es halt schon wieder 4-2. Also der Gegner ist auch da. Aus 3-0 wird 3-1. Aus 4-2. 4-1 wird dann ganz schnell wieder 4-2. Sobald du ja einen Fehler machst. Kommt halt eben nicht wieder von ihm. Und bestraft das. Müssen wir hier gleich nochmal so eine Robben-Shot oder so machen. Ronaldo könnte das ja theoretisch auch mal. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wird hier umgehauen. Nehme ich doch mal den Freistoß. Oh, Knie juckt. So. Gibt Gelb für Aubameyang. Okay. Könnte ich jetzt assi sein und das irgendwie so provozieren. Dass ich so spiele, dass er mich irgendwann mal mit Aubameyang umhauen muss. Damit er Gelb-Rot bekommt. Ist aber eigentlich ziemlich schwierig. Dieser Freistoß von Ronaldo. Didi. Da kam mein Skill auf jeden Fall wieder zur Geltung. Sehr nice. Oh, Alaba auf Reus. Gefährliche Seite auf jeden Fall. Oh, da ist jetzt eine Lücke. Diekmeier kommt schon. 90 Per. Wer ist denn Christa? Jawohl. Jawohl. So, Rüdiger. Kann es jetzt auch noch passen. Kann er auch noch. Perfekt. Thiago kann sowieso passen. Oh, Ronaldo. Und, ey, sein Götze macht auch ein krasses Spiel. Kommt mir das nur so vor? Oder? Ich hab irgendwie immer, wenn irgendein Spieler bei ihm was Gutes macht, ist es irgendwie zwangsläufig, Götze. So. Skillen wir hier nochmal mit Ronaldo. Ohne, dass es diesmal schief geht. Ne, gibt einen Freistoß. Lewandowski kriegt jetzt dafür Gelb. Okay. Naja. Warum auch immer. So. Nacho. Modric. Wieder Nacho. Ronaldo hoffentlich nicht im Abseits. Na, Elba. Ja. Boah, war der Elba geschindet. Oh mein Gott, war der Elba geschindet. War das ein geschindeter Elfmeter. Kannst ja keinem erzählen, ey. Naja, egal. Ronaldo hat jetzt die Chance, einen Dreierpack zu machen. Schauen wir doch mal. Bis jetzt war, glaube ich, Rom mit einem Doppelpack und Ronaldo auch mit einem Doppelpack. So, jetzt hat er hier die Chance auf den Dreierpack. Oh, ins Gelbe. Sollte aber trotzdem kommen. Kommt schon. Ja, geht rein. Dreierpack Christiane Ronaldo. So kann es dann mal eben laufen. Sehr schön. 5 zu 2. 73. Minute. Messi halt wirklich eher als Zehner. Vorlagengeber, der, der die wichtigen Dribblings da vorne macht. Nicht so der Go-Score. Ihr habt es auch gerade in meiner Statistik gesehen. Ich glaube, ich habe 11 Spiele mit ihm, 8 Tore, 3 Vorlagen. Er macht halt sehr, sehr häufig auch den vorletzten Pass. Also man darf zumindest bei Messi jetzt nicht so statistiktechnisch urteilen. Und bei Robben und Ronaldo sowieso nicht, weil ich mindestens 20 Spiele von den beiden, die irgendwann mit einer 80. eingewechselt habe. Und versucht habe, irgendwas zu rappen, wenn ich irgendwo hinten gelegen habe. Also da kann man statistiktechnisch sowieso mit denen nichts anfangen. Da müsste man bei beiden ungefähr minus 20 rechnen. Weil sonst machen die eigentlich bei mir jedes Spiel mindestens ein Tor, wenn ich sie von Anfang an spielen lasse. Aber ist auch egal, ich bin ja sowieso nicht so ein Statistik-Geier. Der hier die ganze Zeit guckt so, uah, du hast ein Team of the Year Spieler, warum hat der nicht in zwei Spielen 50 Tore? Schlecht. Ne, ne. So, jetzt mal mit Messi ein Curve-Shot. Aber Trapp, kein schlechter Torwart und der wird auch ein bisschen zu mittig. Muss man dann auch sagen. Oh, Messi. Oh, ja, dribbeln kann der Messi. Messi und da hat er auch sein Tor. 6 zu 2, Lionel Messi. Ihr seht, der hat einfach ein richtiges Gott dribbling. Ich glaube 97 oder so, richtig krank. Und da macht er das 6 zu 2. Schönes Ding von Lionel Messi. Muss man mal ganz klar sagen. Und, äh, ja, jetzt ist wieder vier Tore Abstand. Ne, weiß ich jetzt noch gar nicht. Jetzt haben wir auch mal unseren vier Tore Abstand. Und, äh, jetzt dürfte auch erstmal nichts mehr passieren. Oh, Ronaldo kann auch ganz gut dribbeln. Kennen wir ja von ihm. Oh, Messi. Oh, Messi. Oh, Trapp. Schade, schade, schade. Ich dachte, ich kann ihn tunneln oder so. Oder zumindest ihn ins kurze Eck senken. Hat nicht funktioniert, Robben mit dem Kopf. Ist auch nicht so ideal. Jetzt hatte ich hier noch die Kontermöglichkeit mit Lewandowski. Huh, das hätte glattrot gegeben. Knapp. Diekmeier kommt dann nicht mehr dran. Lewandowski. Und, ja. Dann steht 6 zu 3. Wieder drei Tore Abstand. Aber er macht aus seinen Chancen, die jetzt nicht so viele sind. Also zumindestens in seinen Kontern. Ist er brutal, ne? Muss man ganz klar sagen. Lewandowski tunnelt hier sogar Fährmann. Ja, und für Fährmann ist es bitter. Der hat vielleicht vier Schüsse aufs Tor bekommen. Davon sind drei reingegangen. Aber, ja. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Also, ich gewinne lieber 6 zu 3 als 3 zu 0. Ist bestimmt auch wie die Zuschauerunterhalte immer zu sehen. Also, für euch jetzt. Ähm, so. Dann machen wir mal hier einfach weiter. Vielleicht wird es ja noch ein 7 zu 3. Wie die Gase. Sehr schön. Oh. Äh. So. Recordbreaker Messi. Läuft bei ihm. Oh, und Robben. Das ist dann. Das ist dann einfach. Robben. Nein, er macht ihn. Wieso grätscht er? So komisch im Schuss. So weit habe ich ihn gar nicht vorgelegt. Krass. Ich könnte mal hier so eine Taktik machen. Lauf am kurzen Pfosten. So steht da jetzt irgendeiner, der Kopffälle kann. Ja komm, ich schieße mal lieber hier irgendwie mit Messi. So. Lauf am kurzen Pfosten. So. Und da stand einfach mal keiner. Geil. So. Den Abwurf verkackt er aber nochmal. Vielleicht geht ja noch was. Oh, Thiago. Ronaldo. Eher weniger. Gute Grätsche. Nochmal hinterher. So. Jetzt nochmal Ronaldo. Das sieht nicht so schlecht aus. Wird aber vom Ball getrennt. Lewandowski. Wieder Rüdiger. Also Rüdiger. Macht hier einen sehr guten Eindruck. Schweinsteiger holte den Ball von Messi. Und dann ist das Spiel vorbei. 6 zu 3 am Ende. 9 Tore in dieser Begegnung. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. So ein heftiges Spiel. Für euch bestimmt ganz cool jetzt hier mal zu sehen. Ich meine 3 Tore Ronaldo. 2 Tore Robben. 1 Tor Messi. Den Luxus muss man haben. Am Ende dann 6 zu 3. Bei ihm waren erfolgreich. Schauen wir jetzt mal hier kurz rein. Was bei ihm steht. Dann bei Aubameyang. Ich glaube Aubameyang. Und 2 mal Lewandowski war es. Wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir mal. Ähm. Ne. 2 mal Aubameyang und 1 mal Lewandowski. Robben Spieler des Tages. Dazu noch eine Torvorlage. Ronaldo, Modric, Iniesta und Nacho. Auf jeden Fall ein ganz gutes Team. Und dann sehen wir es jetzt auch gleich. Zack. Sind wir aufgestiegen. 9.000 Münzen. Und ich würde sagen. Das gibt dann mal ein geiles Pack hier. Ich habe momentan nicht so viele Münzen. Ich glaube. Äh. Schauen wir mal. Ja. 13.000. Sehr geil. Ein Pack können wir zumindest mal hier ziehen. Hashtag. Äh. Hashtag. Äh. Wer ist das? Tim Howard Pack. Schauen wir mal rein. Vielleicht der Man of the Match Vidal. Ähm. Das ist Ibisevic. Geil. Habt ihr dieses Plakat gesehen, was der eine Fan da hochgehalten hat? Ähm. Irgendwie kann ich für euch spielen. Hashtag. Ich bin noch besser als Ibisevic. Ziemlich geil. Komm. Zweites Pack. Dann habe ich noch 64 Münzen. Krass. Krass. So. Hau mal einen raus hier. Äh. Ja. Oh. Umberetz. Muss nur. Äh. War nicht so der geile Spieler. King Power Stadion. Nice. 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 Und äh. Ja. Damit. Was ist das jetzt? Ne? Mit diesem Part. Die zwei Packs waren jetzt am Ende auch nicht so überwältigend. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer. Hautereien. Ciao Leute. Und ähm. Ach ja. Genau. Die 4 Millionen, die ich mir gekauft habe, sind natürlich in den Messi geflossen. Hatte ich noch letztens gelesen. Ey. Wofür hast du dir 4 Millionen auf deinem Account geholt? Also über Comfort Trade. Du hast doch genug Münzen. Und Spieler. Äh. Äh. Jo. Record Breaker Messi wollte ich noch haben. In dem Sinne. Hautereien. Macht's gut. Und ciao.